Hey, endlich ein neues Video auf meinem Kanal und heute heiße ich euch willkommen in meinem neuen Auto. Und ja, es klingt jetzt ganz am Anfang erstmal komisch, aber ich habe mir meinen Traum erfüllt. Also, wenn man bei einem Auto von einem Traum irgendwie reden kann, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Ich habe mir einen Tesla Model 3 gekauft, ich habe schon mal so ein paar Aufnahmen da eingeblendet und die Leute, die sich von euch mit Teslas auskennen, wissen, ja gut, ist nur der Standard. Komplette Standard Model 3 und sogar nur in weiß, nur mit Heckantrieb, aber das war für mich von vornherein klar. Aber erst noch mal einen Schritt zurück, was hatte ich vorher eigentlich für ein Auto? Ich hatte vorher einen BMW 1.16i aus dem Jahr 2014 und der hat mich gerade in meinem Job eigentlich immer gut unterstützt und er war genau das Auto, worauf ich mich verlassen konnte. Ich hatte vorher einen VW Polo und als DJ musst du viele, viele Strecken zurücklegen. Und auch bei meinen anderen selbstständigen Tätigkeiten, ich muss immer viel mit meinem Auto fahren. Viele Kilometer und da sitze ich gerne bequem und möchte auch ein Auto haben, was ein bisschen vernünftig beschleunigt. Ja, deswegen hatte ich mir damals vor fünf Jahren den BMW 1.16i gekauft, den ich jetzt bei Tesla mit zurückgegeben habe. Und dieser Stelle, falls ihr bei Tesla ein Auto verkaufen wollt, für mich war es mit Abstand das beste Angebot, was ich für den BMW bekommen habe. BMW selbst wollte mir, ich glaube, knapp unter 5000 Euro zahlen. Seat 5.000 Euro, VW wollte nur 4.500 Euro zahlen und Tesla war fast bei 8.000 Euro für das Auto, auch wenn sie es über den gleichen Händler angekauft haben. Ja, gut, Model 3 Standardversion für diejenigen, die sich damit jetzt noch nicht auskennen. Dieses Auto hat knapp unter 500 Kilometern Reichweite. Ich würde sagen, im Vergleich so auch mit dem Gewicht, ein bisschen mehr PS und ein bisschen mehr Power als der 1.16i. Ich würde so auf die Stufe von einem Golf GTI oder sowas setzen. Und der Wagen schafft ganz entspannt 230, 240 auf der Autobahn für die Leute, die schnell fahren wollen. Ich war auch vorher schon bei meinem BMW eher der so entspannte Fahrer, der auf der Autobahn auch nur 130 gefahren ist. Und ich finde, auf den meisten deutschen Autobahnen, wenn du zu einer normalen Uhrzeit unterwegs bist, wo ein paar Leute auf der Autobahn unterwegs sind, dann kannst du auch selten 200 und mehr fahren, auch wenn es Spaß macht. Ja, im Innenraum habe ich mich für das schwarze Paket entschieden, weil ich auch die Holzzierleisten eigentlich ganz schön finde und ich auf gar keinen Fall weiße Sitze haben wollte. Mich ärgert es so ein bisschen, dass der Dachhimmel hier hell ist. Aber ich habe mir bei anderen YouTubern schon mal angeguckt, wie das aussieht, wenn man da einen dunklen Dachhimmel reinmacht oder den färbt oder irgendwie sowas. Und bei den Autos fällt halt auch auf, das Auto wirkt irgendwie kleiner, enger und ist dann doch nicht so das Richtige. Und vielleicht hat jetzt eben schon jemand gedacht, du fährst gerne viel und lange Auto und auch längere Strecken. Warum hast du dir denn nicht den Reichweiten Plus Tesla gekauft oder wieder ein Benzinauto? Ein Benzinauto war von mir vorher vollkommen ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich möchte ein leises Auto haben. Mir geht es nicht darum, dass das ein Elektroantrieb ist, weil ich damit was super Tolles fürs Klima tue. Mir geht es am meisten darum, dass es entspannter ist. Ich habe nicht so diesen Lärm von einem Benzinauto. Ich finde so laute Autos wie in einem AMG oder sowas irgendwie nicht so schön und erstrebenswert. Und warum ich mir den Grundlevel, den niedrigsten gekauft habe, weil ich denke, dass es die beste Batterie ist. Ich lese mal gerade ab. Das ist ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akku oder LFP-Akku. Also da ist Eisen mit drin. Und das hilft dir dabei, dass du nicht so darauf achten musst, wie du den Akku lädst, weil dieser Akku echt viel, 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 viel ab kann. Und du kannst den Akku auch immer auf 100% laden. Also immer 100% auch der Reichweite nutzen, ohne dass es den Akku schädigt. Der Akku ist darauf ausgelegt, annähernd 4 Millionen Kilometer zu laufen. Und sind wir mal ehrlich, welches Auto schafft 4 Millionen Kilometer? Also die wenigsten in Deutschland fahren ihr Auto überhaupt über 500.000 Kilometer. Meinen BMW habe ich bei 120.000 oder 150.000 Kilometern abgegeben. Und das hat für mich gereicht, weil dann ja Sachen kamen wie eine neue Kupplung, dann neue Bremsen schon wieder, dauernd der Ölwechsel. Und dann hätte eine neue, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Antriebsriemen oder irgendwie sowas gekommen. Ich hätte in den BMW bestimmt in den nächsten zwei Jahren 5.000 bis 10.000 Euro investieren müssen. Das hast du bei einem Tesla nicht. Es gibt viele Leute, die sagen, ey, dann und dann muss der Motor ausgewechselt werden. Dann und dann muss der Akku ausgewechselt werden. Ich habe aber auch ganz, 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 ganz viele andere Reviews gesehen, die mit einem Akku und einem Motor 500.000 bis 800.000 Kilometer gefahren sind. Das heißt, das werden für mich 15 Jahre das Auto nutzen oder noch länger, 20 Jahre das Auto nutzen. Ich würde diese Kilometerzahl nie voll bekommen. Aber falls du jetzt denkst, schaffst du das auch? Abonnier doch mal den Kanal. Dann gucken wir uns das mal gemeinsam an, ob ich wirklich so weit komme mit diesem Auto und was sich vielleicht doch mal für Probleme entdecken lassen. Nach dem ersten Monat bin ich jetzt mit diesem Auto schon über 1500 Kilometern gefahren und habe das Auto nicht bei mir zu Hause geladen. Ich habe zu Hause keine Tankstelle für meinen Tesla. Ich habe nicht mal einen eigenen Parkplatz dafür. Ich parke auf öffentlichen Flächen und ich lade nur an öffentlichen Ladesäulen. Gerne auch an Tesla-Ladesäulen, weil die sind einfach um Welten besser als jede andere Ladesäule, die ihr euch vorstellen könnt. Also alleine dieser Punkt, dass du einen Tesla kaufst und das Tesla-Ladesystem nutzen kannst, ist der größte positive Punkt für einen Tesla. Du hast einfach dieses Einfache. Du ziehst diesen Stecker hinten drauf, drückst auf den Knopf, steckst ihn in das Auto rein und er lädt. Der Wagen rechnet für dich ab, im Auto ist die Kreditkarte hinterlegt und das wird direkt vom Konto abgebucht. Du brauchst nicht für jede Ladesäule eine extra Karte, wenn du dein Handy mal vergessen hast. Egal, dein Auto hat alle Daten gespeichert. Das ist super entspannt und auf einer Strecke zum Beispiel, ich bin jetzt letztens nach Berlin gefahren. Da musste ich zweimal kurz nachladen, jeweils 10 Minuten. Ich konnte gar nicht so schnell auf Toilette gehen, wie ich das Auto geladen habe. Und auch vorher, wenn ich mit meinem Verbrenner gefahren wäre, da bin ich auch zwischendurch zwei, dreimal angehalten, weil ich halt auf Toilette musste oder Hunger bekommen habe. Es gibt ja wenig Leute, die 600 Kilometer, 500 Kilometer am Stück durchfahren. Selbst die Leute, die sagen, ja klar, ich fahre 1200 Kilometer am Stück durch, wetten nicht. Wetten, ihr geht zwischendurch mal auf Toilette? Ja, und das bleibt jetzt eigentlich auch schon von dem Video heute. Ich habe euch alles erzählt, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe noch Videos geplant mit den 5 bis 10 besten Sachen über den Tesla, wo ich mich am meisten jetzt darüber gefreut habe. Und auch 5 bis 10 Sachen, die ich vielleicht richtig doof finde an diesem Auto, wo ich mir denke, boah, da wünsche ich mir Sachen von meinem BMW zurück. Da wünsche ich mir Sachen, die eigentlich nur in den neuen VWs installiert sind oder irgendwie was. Falls du das nicht verpassen willst oder selber Fragen hast, die ich unbedingt meinem Video beantworten soll, dann abonniere jetzt meinen Kanal und dann sehen wir uns die Tage hier wieder zu einem neuen Video über meinen Tesla. Ciao.